ja lang hat gedauert der bau jetzt ist fertig die glocke der ton sich ganz so besonders weil das video auf die schnelle entstanden ist aber ja hier sind schon ein paar fotos von der glocke anschlagstelle et cetera und ja wunderschön geworden die bänder sind jetzt auch dran von der krone zum aufsatz hoch und ja einfach nice ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020